Demokratie abschaffen, ja das haben mehr oder weniger hier Nancy Faeser und Lisa Paus vor. Ganz klar ist aber auch natürlich, dass das Geld hinterher schmeißen bisher nichts gebracht hat. Denn es gibt unzählige Projekte wie Demokratie leben und und und. Das neuste Demokratiefördergesetz ist jedoch höchst umstritten, vor allem eigentlich auch höchst antidemokratisch. Denn lustigerweise wurden jetzt viele dieser NGOs mal durchleuchtet und was da so rauskam, ist durchaus fragwürdig. Denn es gibt zum Beispiel auch mit dem Deckmantel des Demokratie leben hier eine durchaus spannende verwerfliche Situation. Denn hier wurden zum Beispiel auch hier Islamisten mehrere tausend Euro ganz einfach zugeschustert unter dem Thema Forum der Religionen. Mit Blick darauf, dass man schlicht und ergreifend hier diesen Leuten, die auch sogar vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind, hier ganz einfach Geld gegeben hat. Schließlich arbeiten sie ja für die Demokratie. Das passt auch dazu auf dem linken Auge blind, wie Lisa Paus und Nancy Feld.